So, 3, 2, 1. Willkommen zurück zu Workers and Resources, Sowjet Republic. Ähm, hier war unsere kleine Viehzucht. Ähm, alles was hier produziert wird, geht direkt zur NATO-Grenze. Ja, ich sollte zusehen, irgendwie noch mehr Sachen Richtung Ostflock zu exportieren. Deshalb suche ich mal jetzt schon eine günstige Stelle. Okay, alles NATO-Grenze hier. Ähm, vom Geld her sind wir noch nicht ganz in der Lage dazu, so viele Fleischfabriken zu bauen, wie ich gerne würde. Beziehungsweise im Moment können wir keine einzigste bauen. Hier wäre eine Stadt. Schauen, äh, schaut aber nicht so aus, als wenn das viele Einwohner wären. Ah, hier ist noch nicht mehr nicht eine Straße in der Nähe. Ein Fluss. Ein Strom wäre da. Ah, extra eine eigene Straße bauen. Okay, die Grenzstation wird schon genutzt. Für Kohle-Erz. Aber irgendwie kommt hier nicht viel an, oder? Sehe ich das falsch. Okay, unsere Kohleproduktion ist wohl eingeschlafen. Niemand wohnt hier. Das ist ja dumm. Richtig dumm. So, ein paar Arbeiter aus der dritten Welt importiert. So, dann könnte doch hier gearbeitet werden. Keine Arbeiter. Warum? Jetzt sind doch hier Leute. Oh, okay. Jetzt kommen sie. Sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen... Noch mehr. Einladen. Die Grenzstation wird auch schon genutzt. Hier wäre frei. Hier wäre eine super Straße. Hier sehe ich schon ein LKW. Okay, die Grenzstation wird also auch schon genutzt. Das Problem, was ich sehe... Normalerweise... Normalerweise... Die Mengen an Vieh, die ich gerne produzieren wollte... Müsste ich eigentlich... ...mit dem Zug transportieren. Ah, das wird ja nie und nimmer was. So knapp wie bei mir immer das Geld ist. Komm, hier muss ja irgendwo eine gute Stadt sein. Die hat mir selber gebaut. Das gibt's nicht. Nur zwei Leute arbeiten hier. Heine. 22 können wegen dem Bildungsniveau nicht arbeiten. Wollt ihr mich jetzt... Keine Arbeiter. Okay. Clevere Leute. 10.000 Rufel. Boah, Mist hier. Ich brauche... Oh, das... Die haben wir schon. Ähm... Komm... Mini-Dorf. Ich hab keinen Überblick Okay, da drüben ist die Sowjet-Grenze, komm, das sollte machbar sein. Hier wohnen echt nicht viele Leute, ich brauche Geld, ich brauche Geld. Nahrung. Viehzucht. 54.000... 55.000... 55.000... 55.000... 55.000... 55.000... 60.000... Ach man, einfach viel zu wenig Geld. Hier wohnen gut Leute. Das ist ein dummer Werk. Scheiße, 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 scheiße. Hm, Mann. So, Pam, Straße, jetzt machen wir hier nur eine Lehmstraße hin, zack, da, 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 nachom. Ach scheiße, na gut, komm, wir geben das Geld aus. Wie teuer, wie teuer bist du, 15.000. Komm, das, das nehmen wir mal kurz für Rovel, da reicht's nicht. Ey, Quatsch, für Dollar. So. So, bitte pass jetzt hier dran. Puh. 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 Passt zumindest schon mal. Strom fehlt. Ja. Alles gut. Bin ja noch am Geld sammeln. Bam, 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 bam. Wir brauchen mehr Geld, aber ausprobieren kann man ja schon mal Viehzucht. Wir haben vielleicht 3 hier hinbekommen. Wenn ihr liegt, flaches Gebäude, äh, Gelände, was, 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 nein. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann nicht sein. Okay. Ähm. Alles. Alles anpassen. Scheiße. Ah, so geht mein Geld zur Neige. Scheiß Dreck. Viehzucht. Na, da hab ich's noch grad gesehen. Oh, Gott. Wegen welcher Infrastruktur denn? Ich werd' noch blöd. Das wird ein riesen Berg hier. Scheiße. Okay, wir könnten's zumindest anpassen. Ach, Mann. Oh, wir sollten das Tempo auch mal wieder hoch stellen. Oh, Gott. Wir rutschen grad ins Minus. Komm, komm, komm. Scheiße. Rubel. Am Ende. Scheiße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 das würde zumindest passen das ist schon mal gut für 8500 machen wir das auch mal direkt so und wieder so eine schrott billige straße ok bisschen anheben so wie sieht es jetzt aus warum ok das ist doch schon mal ein anfang ja ja so komm komm wenn wir das soweit haben jetzt komm 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 geht doch oh gott wie schrecklich wir brauchen noch strom fahrzeuge vielleicht noch eine dritte station hier dran komm die dritte bauen wir auch direkt mal noch viehzucht nein komm sag mir nicht dass das nicht passen will so gucken wir mal ist das lang genug ja gut zurück straße halleluja halleluja ja ja das ist das nicht gepasst hat hier das ist echt schade egal komm kriegen wir zufällig hier noch Eins ne ne bindung hin Komm, wenn ich die Ecke wegmache Und jetzt so Nein Wenn das nicht mal schick ist, dann weiß ich auch nicht Wo holen wir uns den Strom jetzt her Hier gibt es keinen Strom Scheiße, scheiße, wir brauchen Strom Hier gibt es Strom Mittelspannung Nur noch eine Stelle finden, wo wir Wobei, wir müssen nicht unbedingt an die Straße ran Infrastruktur, ich werde verrückt Ist alles ganz doof Nicht mit abgedeckt, scheiße Ich probiere es Wir kaufen für Robel Zurück Es soll nicht sein Komm, einmal noch Okay, hier fährt einfach kein Auto hin Da, 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 da Mittelspannung Ähm Blöd Passend Zwei verschiedene Leitungen passen nicht aneinander Ach Okay Leistungstransformator So, das weg Dann geht es so ran Nein, nicht mittelspannung Hochspannung Jetzt kurz die Richtung Da war es nicht, wo war es denn? Hier Hier 31.000, verdammt Dann müssen wir hier mal ein klein wenig Strom einkaufen Wieder Import So, hier gibt es Arbeiter Ressourcen für Robel Ressourcen für Robel kaufen Ressourcen für Robel kaufen Gibt es keine Arbeiter Und trotzdem Kaufen wir Uiuiuiui So Dann brauchen Oh Gott Die Folge ist viel zu lang mal wieder geworden Äh Tschüss Ciao Bye Bye Bis zum nächsten Mal